Moin, Leute! Hi, 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 hi! Was geht ab, was geht ab? Heute gibt es mal wieder GTA und zwar ist das hier eine Folge, die ich alleine spielen werde, weil ich nämlich trainieren muss, besser zu werden und ihr seid heute mit dabei. Und natürlich, hier der Chat ist auch mit dabei. So, moin, moin, moin. So, Leute, ich streame in letzter Zeit ein bisschen öfter, falls ihr Bock habt, könnt ihr mal gerne vorbeischauen und sowas, da machen wir crazy Sachen und sowas. Und ich würde sagen, wir starten rein in GTA und ihr seht schon, ich habe hier meinen alten Charakter wieder, der da drüben in der Unterhose, ich weiß nicht, warum ich den irgendwann mal so gemacht habe, sieht total bescheuert aus. Aber ich würde sagen, wir starten einfach mal rein, let's go, los geht's. Das Training, Leute, ich muss mich vorbereiten, ja, ich muss vorbereitet sein, das muss nämlich hier, das muss laufen wie geflutscht. So, das muss laufen wie geflutscht. Oh, Alter, der ist, der ist cool. Das Ding muss laufen, weil ich nämlich besser werden muss in GTA, damit ich nicht die ganze Zeit gegen Roman verliere, ja. Roman ist hier der Loser, nicht ich. Ich bin der Pro, ja. Okay. Es wird nice, es wird wild. Was habe ich eben gesagt? Es wird nice, es wird wild, es wird heiß. Let's go. Okay. Wir gucken mal, ob wir das Ding hier heute hinbekommen. Eine Runde, let's go. Oha, die Map ist voll cool mit dem, dass hier links und rechts so Feuerwerk ist. Okay. Oh, ich glaube, die Karre ist zu schnell. Oh, oh, ist das Auto schnell. Junge. Okay, hier hoch. Mit Vollgas durch die Galaxis. Jeehuuu. Hu 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 hu. Okay. Wir wurden geslowdowned. Okay, hier geht's runter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein... Alter, was sind das hier für Strecken? Oh, ich darf nicht ins Rudern kommen. Okay, okay, okay. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Ganz geschmeidig. Boom. Ha. Schön. Ganz schön nett hier oben, hä? Haha. Okay, okay. Wir machen weiter. Oh, wir machen einen coolen Start. So, diesen. Let's go. Oha. Okay, ich sollte vielleicht nicht so Quatsch machen die ganze Zeit. Okay, hier rum. Zack, hier runter. Okay, Leute. Haltet euch fest. Wir fliegen doch nicht. Okay, wir werden langsamer gemacht. Aber gleich fliegen wir los. Da unten ist eine Schanze. Oh mein Gott, das ist sehr, sehr schmal. Das ist sehr, sehr schmal. Das ist sehr, sehr schmal. Mama Mia, bitte nicht. Okay. Okay, okay. Oh, Vollgas, 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 Vollgas. Vollgas hoch mit dir. Wow. Alter, ist diese Strecke... Die Strecke ist mega nice. Die Strecke ist mega nice. Okay, hier einen Drift hinlegen. Nein, doch kein Drift. Nein, keinen Drift hinlegen. Keinen Drift hinlegen. Nein, 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 nein. Keinen Drift. Wir machen das nicht. Keinen Drift hinlegen. Okay. Aber hier einen Drift hinlegen. Let's go. Hier wird gedriftet. Oha, oha. Junge, das war richtig gut. Alter. Richtig nicer Drift. Let's go. Okay, hier lang. Kann man die eigentlich runterschmeißen? Ich hoffe mal, dass da unten gerade keiner ist. Stellt euch mal vor, ihr lauft da unten so lang und dann kommt einfach eine riesen Bowlingkugel von oben runtergefallen. Was ist das hier? Hier lang? Aua. Oh, sehr, sehr schmal. Hä? Ähm. Ach so. Hm, ich glaube, ich sollte mich da so ein bisschen drehen. Ich habe es gerade nicht ganz verstanden. Aber hier ein Drift. Oh. Noch ein Drift? Leute, ich drifte. Okay, hier geht kein Drift, aber da vorne geht ein Drift. Drift! Nice. Und hier nochmal? Nee, hier geht keiner. Alter, diese Strecke ist ja mega groß. Junge, hätte ich das gewusst? Einfach durch so ein brennendes... Oh, nein! Okay. Ich hätte aufpassen sollen. Sorry. Sorry, das zählt nicht. Okay? Das zählt nicht. Hier durch den brennenden Reifen durch. Hier links lang. Hier sind Fußbälle. Ich als alter Fußballfan. Das ist voll... Lol. Voll nice. Okay. Wir können gleich nochmal probieren, diese Strecke zu schaffen, ohne einmal stehen zu bleiben. Okay? Wir machen das. Diesen. Zack. Oh, oh. Wallride. Wallride. Ich hasse Wallrides. Ich hasse Wallrides. Ich hasse Wallrides. Ich liebe Wallrides. Oh! Oh! Oh mein Gott. Zum Glück sind da Bojen. Alter. Aber wir werden immer besser. Ich muss wirklich zugeben, ich habe am Anfang ein bisschen gezweifelt an mir. Sollte man nicht tun. Aber ich bin jetzt auf jeden Fall zuversichtlich, dass ich die Rennen hier in nächster Zeit echt ein bisschen besser meister, Leute. Wenn ihr Bock auf mehr GTA auf meinem Kanal habt, dann lasst jetzt mal auf jeden Fall ein Like da. Und Chat, ihr lasst jetzt auch mal ein Like da. Okay, hier lang. Hier lang. Ganz vorsichtig. Oh, oh. Der war krass. Oh, der war richtig krass. Alter, das Ende war ja sick. Das war nice. Das war wirklich, wirklich cool. So. Wollen wir nochmal das probieren? Nochmal, aber dieses Mal ohne stehen bleiben, okay? Dieses Mal ohne stehen zu bleiben. Küsschen an euch, Leute. Küsschen an euch. Okay, also, wir spielen jetzt noch eine Map. Ja, die erste haben wir auch schon mal sehr, sehr gut bestanden. Deswegen geht es jetzt hier einfach mal weiter. Oh, die wird krass. Okay, die wird krass. So, übrigens, das hier ist mein Auto. Das habe ich irgendwann mal getunt. Das ist auch ultra schnell. Okay. Okay, das ziehen wir hier durch. Ohne stehen zu bleiben jetzt einfach. Okay, das ist... Alter, ist das eng. Alter, ist das eng. Okay, ohne uns einen Fehler zu erlauben. Nice. Nice. Okay, okay. Kein Fehler gemacht bisher. Kein Fehler gemacht bisher. Wir ziehen das durch, Leute. Das Ding wird richtig durchgerockt. Bam. Bam. Vorsichtig hier. Kurve. Ich bin konzentriert. Ich bin fokussiert, konzentriert. Ich gewinne das Ding. Ich spiele hier gerade alleine. Ich tue so, als würde ich gegen irgendwen Rennen fahren. Aber ich ziehe das Ding durch. Ich werde zum GTA-Profi, Leute. Let's go. Oh. Oha, Junge. Alter, habt ihr das gesehen? Was war das für ein Move? Heftig. Ich habe extra gedacht so, oh oh, jetzt fahre ich voll gegen diese Säule, aber die kannst einfach kaputt fahren. Entschuldig. So, wir fahren auch schön hier in der Mitte immer. Also innen. Weil man dann nämlich die Runden besser kriegt. Oh. 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 Okay. Okay. Nee. Rip. Ein Fehler. Einen Fehler. Aber ich muss auch zu meiner Verteidigung sagen, dass das ja auch nicht gerade der gängige Weg ist, sage ich mal. Aber wir haben es. Wir sind trotzdem drin. Wir sind trotzdem drin. Ein Fehler hatten wir uns erlaubt. Ist aber nicht so schlimm. Meinem Auto geht es gut. Mir geht es gut. Und euch geht es hoffentlich auch gut, Leute. So. Hier lang. Okay. Nice. Mit Controller ist es so viel leichter. Ich sag's euch. Boah. Junge Rennfahrer. Guckt ihn euch an. Dieser Junge hat geübt. Okay. Junge, das wird so nice. Zwei Minuten haben wir jetzt hierfür gebraucht. Ohne stehen zu bleiben. Guckt euch das an. Ohne stehen. Ich muss hier stehen bleiben. Und da ist das Ziel. Oh. Baby. Das war fett. Oh. Ich bin gar nicht drin. Und boom. Applaus für mich. Danke. Dankeschön. Vielen lieben Dank an jeden, der an mich geglaubt hat. Ich grüße meine Mami und meine ganze Familie. Danke, danke, danke. Absolut crazy. Absolut crazy Ding. Dieser Kuss geht an euch, Leute. Und damit war es das mit diesem GTA-Video. Falls ihr Bock auf mehr Rennen gedöhnt habt. Vielleicht spiele ich das das nächste Mal mit Roman. Oder auch nicht. Mal gucken. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder auf der Rennen, Leute. Und macht's gut. Chat, ihr müsst jetzt auch noch Tschüss sagen. Moment. So. Chat sagt noch alle Tschüss. Und da sind sie. Applaus. Applaus. Okay. Nice. Das war's mit dem Video. Schaut im Stream vorbei. Das war's mit dem Video.